Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rayman Legends und wir machen wieder weiter. So weiter gehts. Da sind wir hier. Wir finden uns noch 3. Ja. Klub klub. So los gehts. Ah Mist. Okay. Nochmal. Ja Mist. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck. Guck mal. Mist. Okay, hier sind wir schon. Nein! Ob das schon springen soll, okay. Ja, das hat die Lunge auch, Leute. Da ist mir noch einer noch. BAM! BAM! Ich denke, wir haben jetzt einen Hallo. Oh, ich bin so schön, ich bin so schön. Aber das ist jetzt ganz gut. NICE! sehr gut ich habe es 2 für sie gebraucht, aber ich habe es geschafft sehr gut platsch so haben sie jetzt alle, sehr gut danke für die 5 probellose nice, das geht weiter oh du brauchst 400 ok olympius maximus cooler name finde ich olympius maximus hm ich habe schon 92 gute zahl und das auch sieht total komisch aus ok cool ich würde sagen so eine schütz gefüllt oh Mist dafür werbellen muss deswegen habe ich nicht angeguckt, aber das ist ja nichts den ersten schon mal sehr gut nein ok nein das war jetzt zu schnell hm hm hey er hat mich einmal weggekickt nein ich bin doch schnell ich muss langsamer laufen dann du hast ja du hast du hast schon mal 3 von 10 ja du hast Au. Okay, ich hatte eine 2. Okay. Okay, wieder von vorne. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Wollen wir ein bisschen? Oh, da wurde ich ein bisschen. Warte hier hin. Aha, Wuster. Au. Okay. Mal. Wollen wir, dass es so rum geht. Dann geh ich erstmal hier hin. Sehr gut, dann geh ich jetzt hier hin. So. Da, da, da. Hab ihn. Du meinst, das ist einfach. Hm, finde ich. So. Dankeschön. Gut, weiter. Sieht so aus, dass wir irgendwie ein... äh, griechischen... griechischen Land. Du bist doch... bei dem Öl und... links genau selber aus. Schlein! Ja. Da haben wir doch noch ein Bild. Hätten wir für den Öl. Oh, das ist schon ein Spistage. Steh schon. Ah, da ist noch einer. Sehr gut. Oh. Nein. Jattis geht hoch und... ...und... 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 ...warte mal, ist hier irgendwas? Nee. Geht's hier weiter. Ah, das ist schon der... ...der drüben ist irgendwie doppel... ...bessere Faust. Aber wir kommen rein. Wir kommen dann mal rein. Immer haben wir hier geknackt. Hier habe ich... So nach 4. Ich weiß nicht ob da oben irgendwas gewesen ist. Deswegen gucke ich mir mal schnell. Nicht dass da oben doch was ist. Ist bestimmt irgendwas, Leute. Aha, das Hedgehog vergessen. Hab ihn. Sehr gut. War doch wirklich ganz gut. Es ist gut, dass ich da oben nochmal geguckt habe. Weil das sah irgendwie schon ein bisschen fettisch aus. Schauen wir ihn schon mal. Hier noch 3. Pua. So, gehts hier lang. Und hier lang. Sehr gut. Was ist jetzt? Oh. Okay, das ist mit seiner Feuerlinge. Oh. Dankeschön. Noch 2. Sehr gut. Nein. Ich hab dazu. Ich hab dazu. Kugel. Äh. Geist getrost. So. So. Genau. Das ist, das ist. Das ist gut. Ich hab dazu. Und hierтра. Ich hab dazu. Und hier. Und hier. Sehr gut. Ich bin sicher, dass das Tempel noch stark ist. Habt's geschafft. Wo ist mein letzter? Äh? Ich versuche noch auf eine letzte. Hm. Hm. Ich brauche mich. Hä? Hä? Wo waren wir? Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Was ist da hier? Aha. Haben doch alle. Nice. Ich dachte, ich müsse jetzt den Krosken suchen. Hm. Ich habe das Loch gefunden. Hm. Es hat sein Esch verwirrt. Ja. Ich habe ihn. Sehr gut. So. Halt der kleinen Dinge. Wird ich auch sagen. Wir haben ja schon 300. Oh. Zeitrennen wieder. Zeitrennen. Uh. Es war kein Zeitrennen. Moin. So. Wohin. Okay. 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 Hier. Okay. Oh. I-Jaha. Oho! Nein! Ich weiß nicht, ob das eine gute Zeit war, ich weiß nicht. Nein, 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 nein. Aber es war knapp eine gute Zeit. Okay, ein bisschen war schon wieder zu feilig. Jetzt aber noch eine sehr gute Zeit. Oh, das war knapp, ich dachte, ich bin jetzt. Nein! Ich glaube, das wäre das letzte Ding gewesen. Was ist jetzt mit dem Zug, nein? So, das war gut, sehr gut, sehr gut. Nein, ich hätte schlagen sollen. Ich hätte schlagen sollen. Das ist ja nicht schlimm, das ist ja nicht schlimm, aber... Ich würde schon gerne alle haben, alle kleine. Ich würde es jetzt schon alle gemacht haben, egal wo. Auch wenn es schwer war. Wie hier. Oh, nein! War ein bisschen zu schnell. Oh, nein! Mann, ist das schuld einfach. Nein, ich war zu spät, die Schlag hat er gedrückt. Mist. Aber das hängt gar nicht so schwer für mich, denn das geht eigentlich, als die anderen Zeit schon wieder. Und hier haben wir noch die Schläge. 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 Die Schläge kommt ja nicht durch, aber nur. Let's do it. Egal. Let's pick this just generally up to them. Er ist schon mal fest. Oh, hier muss ich aber auch passen. Okay. 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 Ich hab die Schmerzen gelegt. Super, ich hab die Schmerzen gelegt. Das ist wie gesagt machbar, aber ich bin zu schritten. Ey man, ich bin so schlagen und tot. Das ist schon scheinbar. Ich mag diese Zeit schon nicht so. Das ist wie gesagt machbar. Muss man halt viel auswendig lernen, aber... Ich habe vieles Tränen nicht mehr. Kommt irgendein so ein Typ hier und meint mal, dass er mir schlagen tut. Der ist echt super. Ich hätte mal so, dass wir ihn geschlagen können. Ist ja viel besser gewesen. Irgendwie, ich weiß nicht. Super. Ich werde das letzte Mal noch mal ausprobieren. Aber wie gesagt Leute, ihr wisst ja jetzt, wie man es halt noch. Aber... Muss halt sehr schnell sein. Auch alles im Timing. So. 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 Auch schon. So. 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 Ich habe das jetzt gut hin. Aber ich habe halt eine Sekunde halt. Ich war zu langsam. Aber es ist mal schon halt ausgewählen. So Leute, wir sagen wir uns das Part. Ich hoffe es hat euch gefallen. In dem nächsten Part geht es dann weiter. Und ja, da sehen wir dann auch schon. Hier schon. Kreaturen der Finsternest. Und wenn ihr euch gefallen habt, gerne einen Daumen hoch geben. Und bis nächstes Mal von... Roman Legends von Charles.